Du willst Plus-Mitglied werden? Sehr gut. Für uns beide. Was bedeutet das konkret? Als Plus-Mitglied unterstützt du mich mit einem kleinen monatlichen Betrag, damit ich für dich noch mehr Content produzieren kann. Ich konzentriere mich mit den Plus-Inhalten auf nachhaltiges Wissen zu Lightroom Classic, Photoshop und Bildbearbeitungs-Workflows. Im Live-Chat bei Livestreams sind dir bestimmt schon die grünen Icons neben manchen Namen aufgefallen. Das sind die Chat-Nachrichten von Mitgliedern. Durch die Icons sehe ich die Mitgliederfragen besser und kann sie dadurch priorisiert beantworten. Nach den Plus-Livestreams sind diese nur noch exklusiv für Mitglieder zugänglich. Dafür gibt es eine eigene Mitglieder-Playlist. So kannst du, wann und wo es für dich passt, die Aufzeichnungen anschauen, stoppen, zurückspringen, die Geschwindigkeit verändern. Also in deinem Tempo dazulernen und besser werden. Ich freue mich, dich als Plus-Mitglied zu begrüßen.